Neben mir ist unser Coach Steffen Baumgart. Steffen, zum Start bitte ich dich um deine Analyse zum Spiel. Ja, wir freuen uns natürlich hier als Sieger vom Platz gegangen zu sein. Wir müssen natürlich sagen, dass uns klar ist, dass wenn du zum Ende in das Spiel so entscheidest, dass es natürlich auch glücklich ist. Trotzdem fand ich, dass wir sehr, sehr viel investiert haben. Wir sind zweimal in das Spiel zurückgekommen. Ja, das ist kurz erzählt. Die Einwechslungen haben geklappt. Ich glaube, dass die beiden Jungs vorne sehr, sehr gut gearbeitet haben. Und ob man jetzt verdient oder unverdient dazu sagen kann, das sollen andere bewerten. Grundsätzlich glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir zweimal zurückgekommen sind. Wir haben zwei Konter zugelassen, die wir normalerweise nicht zulassen dürfen. Das gehört aber im Fußball dazu. Viel wichtiger für mich ist, dass die Jungs weiter an sich geglaubt haben, von hinten rausgespielt haben. Wir mit wenig langen Bällen uns immer wieder gute Aktionen erarbeitet haben, gute Tiefe hatten im Spiel und dadurch auch immer die eine oder andere gefährliche Situation. Das kurz zu dem Spiel. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.